Wir runden da in den Sammelschläufen, som Gutaik, ja, zusammen. Allerdings da ist es nicht gerade leicht, überhaupt an etwas zu glauben. Die Bundesverfassung, also auch Berlin, müsste aktiv werden. Dann müsste das Grundgesetz ändern und auch EU-Recht müsste geändert werden. Und dann habe ich eben Risiko. Die Bundesverfassung, also Christus, Messias. Gulos России, держит обратную связь. Gulos России, новости. Es ist ein Engagement für eine Organisation, die sich Music on Call nennt. Es ist eine Organisation, die basically setzt auf Bedside Musik für Menschen, die, you know, in Veteran's Hospitals, Kinder's Hospitals, oder Hospitals, wo sie kind of bedridden sind und sie können nicht gehen. Wir gehen ins Kanzlerhaus, zu Leuten, die erbettet... ...strahительство, эксплуatation, легководных reaktorov und jäserne Bezopassnessy. ...musik zu präsentieren. Es ist mehr als intim. Man dringt direkt in die Herzen der Leute vor. Das kann Herz sein und man... ...musik zu präsentieren. ...musik zu präsentieren.